Paragraph 5721 Durch das Daumen hoch geben auf ein Danny Burnage Video bestätigt der Mann seine Potenzfähigkeit Was geht Leute? Mein Name ist Loaded Danny Burnage Willkommen zu einem Neutern Black Ops 2 Live Commentary Es ist gerade 6 Uhr 27 Ich bin die ganze Nacht aufgeblieben, ich musste noch Videos für meinen zweiten Kanal sendern Ich musste wirklich viele Videos sendern und dann bin ich wach geblieben Weil ich, wenn ich einmal schlafen gehe, dann schlafe ich auch bis 14 Uhr Deswegen, ich wollte auf jeden Fall noch Videos machen Ich muss noch für diesen Kanal Videos machen und sowas Deswegen bin ich wach geblieben Weil ich habe ja auch Nachbarn und ich will nicht unbedingt vor 6 Uhr aufnehmen morgens Weil, keine Ahnung, ich habe ziemlich gestörte Nachbarn Obwohl die eine ist nur gestört, die anderen gehen Also, die anderen sind richtig laut Aber irgendwie fühle ich mich nicht gut, wenn ich abends aufnehme Egal ob ich Nachbarn habe oder nicht, ist komisch irgendwie Ich mag es nicht, um ganz späte Uhrzeiten aufzunehmen, das will ich irgendwie nicht Es ist sogar schon so spät, dass ich keine Freifahrer Lobby mehr gefunden habe Aber ich habe auch nicht so lange danach gesucht Ähm, ja, heute haben wir wieder viele Themen am Start Also ziemlich wichtige Themen sogar Deswegen ist es gut, dass ihr eingeschaltet habt Ähm Und zwar geht es zum einen um Advanced Warfare Und zum anderen noch um ein anderes Thema Vielleicht habt ihr schon Titel gesehen, keine Ahnung Vielleicht habe ich jetzt gar nicht den Titel gepackt, ich weiß es nicht Stopp, Bitch Verfluchter Sniper Ähm, auf jeden Fall geht es um Advanced Warfare Mein endgültiges Fazit Und zum einen muss ich sagen, ich finde Oh, ich habe vorredet, lol Ah, ich aktiviere lieber die hier Meine kleine Bitch Oh, wow Es sind nur noch Sniper in Black Ops 2 unterwegs Gäbe es nicht diese verfickten Sniper dauerhaft Da wäre ich glücklich Ja, mein Fazit zu Black Ops, äh, zu Call of Duty Advanced Warfare Es ist auf jeden Fall ein gutes Spiel Es ist wirklich, wirklich ein gutes Spiel Denn es, ähm Hat wenig Fehler, sag ich mal Gut, die Connection stimmt manchmal nicht Also natürlich gibt es so ein paar Fehler, die irgendwie bei jedem COD mal vorhanden sind, sag ich mal Aber im Großen und Ganzen ist es ein gutes Call of Duty geworden Nur, es gibt eine Sache Das ist für mich das Schlimmste Und das, es bringt auch nichts Wenn das Spiel einfach nur gut ist Weil es gibt so viele gute Spiele da draußen Die spiele ich nicht Aus dem Grund, weil sie keine Langzeitmotivation haben Und das ist bei Call of Duty Advanced Warfare Leiter so Also am Anfang macht es extrem viel Spaß, wenn man es bekommt Super viel Spaß Vor allem, es ist auch was Neues Und die Leute mögen es, neue Spiele zu spielen Etwas Neues, etwas komplett Neues Ein paar Leute haben gesagt, es ist eine Titanfall-Abklatsche Oder eine Crisis-Abklatsche, oder, oder, oder Und es macht Spaß am Anfang Aber nach einer Zeit realisiert man Jeder spielt dauerhaft mit derselben Waffe Alle Waffen sind irgendwie gleich gut Ähm Oh, hi Es ist irgendwie alles gleich irgendwie Und es gibt wirklich Die zwei besten Waffen im Game Bekommt man gleich am Anfang Die BRL Und die AK-12 Und das ist ein großes Problem, weil Ich will für die Waffen spielen Ich will einen Grund finden, dieses Spiel zu spielen Und das habe ich dann halt in dem Moment nicht Wenn ich alles schon freigestellt habe Wenn ihr versteht Das habe ich dann in dem Moment halt einfach nicht Oh mein Gott Was für eine Rampage gerade stattfindet Und das ist zum einen so ein Teil wieder bei der Langzeitmotivation Und das ist nicht nur Das ist, das ist halt das Problem Das ist halt das einzige Problem, was ich habe Dass ich Oh mein Gott Manchmal kein Grund sehe, dieses Spiel zu spielen Das ist nice Episch Holy Shit Gutes Game haben wir hier gerade Ich spiele übrigens fast nur mit Amerikanern gerade Weil kaum Deutsche online sind wahrscheinlich So, werfen wir mal die Dings da ab Gott, wieso habe ich immer noch diese Vorsicht Denn das kotzt mich so an Ich komme gar nicht auf die Idee, die auszuwechseln Ich habe die immer drin Und das ist das Problem Aber ansonsten ist es wirklich ein gutes Game Aber Das ist halt ein Problem, was ziemlich, ziemlich groß ist leider Und Manchmal Bevor ich so die Konsole einschalte Denke ich mir so Wieso Willst du das jetzt wirklich? Willst du dich das Spiel spielen? Willst du dich nicht nur dazu zwingen? Um ein Video zu machen? Das war aber nämlich bei Beim Road to Commander so Und ich war mit dem Mit dem Support Danach mir gar nicht mehr einverstanden Gar nicht mehr Also mir hat das Support einfach nicht gefallen Und wenn der Support auf YouTube nicht da ist Dann ist einfach YouTube nicht dasselbe für mich Wie es ist Weil Ihr seid der Grund, wieso ich die Videos mache Und nicht Und nicht nur Die Anzahl der Videos, die ich mache Da mache ich lieber weniger Videos Bekomme aber Mehr Support Und mache bessere Videos Das macht viel mehr Spaß So macht YouTube Spaß Und nicht anders Deswegen Ich will einfach Auch wirklich Videos machen Wenn es mir wirklich Spaß macht Und wenn ich die Laune dazu habe Und da ich ein Channel bin Der nur eine Sache macht Da ich ein Channel bin Der quasi nur eine Sache macht Wie ihr wisst Ich mache ja nicht unbedingt so viele Sachen Ich meine was mache ich Nur COD Und vielleicht höchstens Battlefield Am wozu mal 20 zu 3 übrigens Gut das kommt Deswegen Ich will wirklich Keine Videos machen Wenn ich keine Lust dazu habe Weil die werden nicht gut Und außerdem will ich auch Meine Videos selber anschauen können Wenn ich weiß Mir gefallen meine Videos selber Dann weiß ich Ich kann das Video uploaden Und wenn es mir dann nicht gefällt Dann lade ich es auch nicht hoch So mache ich das Ah 20 zu 3 Nette Score Ganz gut für das erste Game Und für Einfach so spielen Okay also was ich damit quasi sagen will Ist einfach nur Dass ich Nicht Es kann nicht sein Dass ein COD vor zwei Jahren Sogar Fast genauso gespielt wird Wie ein ganz neues COD Da muss irgendwas schief gelaufen sein Das war auch bei Call of Duty Ghost so Und ich habe das Gefühl Call of Duty geht immer in die falsche Richtung Ich finde es gar nicht so schlimm Wenn das Spiel Jedes Jahr dasselbe ist Ich finde es sogar gut Ich brauche kein neues Game Ich bin zufrieden mit COD Wenn sie sowas wie Advanced Warfare machen wollen Und man 10.000 Mal springen kann Oder Keine Ahnung wie hoch und wie weit Und was weiß ich Dann sollen die das Spiel anders benennen Und nicht COD oder sowas Wenn ihr versteht Dann soll es ein ganz neues Spiel sein Von den selben Entwicklern Die Entwicklern sind ja so bekannt Dass sie neue Spiele Rausbringen können Und es trotzdem berühmt wird Natürlich nicht so wie Call of Duty Aber Ja Keine Ahnung Irgendwie sowas Weil ich will persönlich Mein Call of Duty behalten Am besten Remake Von Black Ops 2 Oder von Call of Duty Modern Warfare 2 Ohne Bugs und sowas Das würde mich extrem freuen Deswegen Keine Ahnung wo der hin will Wahrscheinlich in den Keller In den Weinkeller Oh yeah baby Gott die Spieler sind so Sorry dass ich das so sage Aber die sind richtig schlecht Irgendwie so abends Keine Ahnung Oh mein Gott Scheiße Oh nein Ich wusste dass ich sterben werde Vergessen nachzuladen Verdammt Ähm Ich will Ich will mein altes Ich will einfach COD haben Ganz normales COD Hab auch mit Ähm Mehreren Leuten schon drüber gesprochen Und die haben auch gesagt Ja ich will auch nur Ein ganz normales COD Ich will gar nicht so viel Ich will gar nicht hin Oder her gehüpfe Außerdem will ich Balancierte Waffen Dass es viele Waffen gibt Dass ich gesund sehe Das Spiel zu spielen Bei Black Ops 2 Gibt es so viele gute Waffen Genauso wie bei MV2 Das waren Deswegen habe ich die Spiele So gerne gespielt Und vielleicht noch ein bisschen Mehr dieses Glücksgefühl Wenn man Wenn man Leute killt Das ist nämlich auch ein Grund Wieso man sowas spielt Ah verdammt Ich wusste es Das ist auch der Grund Wieso man so ein Spiel spielt Und Das fehlt mir halt so Ein bisschen Bei Advanced Warfare Es ist ein gutes Spiel Aber die ganzen Diese ganzen Aspekte Die ich genannt habe Die sind halt einfach so riesig Oh verdammt Gott ich kann nicht zielen Meine Güte Keine Ahnung wo der hochgehen will Oh mein Gott Was machst du da Was machen die da Guck mal der ist Den ganzen Weg hochgerannt Hat niemanden gekillt Dieser Schlappschwanz Bitch Ähm Naja auf jeden Fall Ich finde es mir halt Ein bisschen schade Und das ist das Problem Und Mittlerweile zocke ich schon Ich glaube drei Jahre lang COD auf diesem Kanal Und ich habe ja einen zweiten Kanal Wo ich alles andere mache Wo ich Let's Plays mache quasi Und die sehr unterhaltende Videos mittlerweile Ich habe eine Zeit lang Videos gespammt Die halt nicht bearbeitet waren Aber das war einfach Dann doch nicht für mich Deswegen lade ich jetzt Lade ich jetzt Qualitativ hochwertige Und witzige Videos hoch Die mir auch selber gefallen Und die kommen auch Ziemlich gut an Bei der Community Und da mache ich wirklich auch Ich liebe es dort Videos zu machen Und Was ich brauche Oder ich persönlich Als Mensch brauche Ist diese Abwechslung Deswegen Ich weiß nicht wie es ankommen wird Ähm Ich werde es einfach mal versuchen Ich habe schon mal hier Minecraft gebracht Und zwar das ist das andere Thema Und ich Minecraft beinhaltet Quasi die jüngsten Zuschauer Die es gibt Viele Leute sagen Ich habe die jüngsten Zuschauer Ever und sowas Ich habe zwei junge Zuschauer Das stimmt Und was ich auch gar nicht Schlimm finde Ich finde es sogar richtig gut Aber Minecraft hat die jüngsten Zuschauer Die es gibt Die allerjüngsten Und Ich mag Minecraft Ich spiele Minecraft wirklich gerne Aber der Grund Wieso ich Minecraft nicht Auf meinem zweiten Kanal mache Weil es kein Minecraft Channel werden soll Es ist kein Minecraft Channel Und es soll auch keiner werden Ich habe schon mal Minecraft dort gemacht Aber es soll kein Minecraft Channel werden Ähm Ja Todesbringer geil Und deswegen Ich habe Ich weiß dass Minecraft damals hier gut ankam Weil das ist sowieso ein COD Channel Dieser Channel ist sowieso mehr auf eine Sache spezialisiert So auf Ego Shooter Sachen und so weiter und so fort Und ich habe schon mal Minecraft hier gebracht Und es ist gut angekommen Und Ich würde auch Sowas machen Ich weiß nicht wer die Serie aus meinem zweiten Kanal kennt Die hieß Minecraft Überlebensinstinkt Wo ich versucht habe zu überleben Im Hardcore Modus Und wenn ich sterbe Dann ist die Serie vorbei quasi Oh Bitch Ich liebe diesen Todesbringer Der ist Badass Baby Der ist Badass Motherfucker Und So etwas könnte ich hier auch bringen Oder mit Freunden Irgendwelche Witze Ich kenne viele Minecraftler Das Ding was mir hier ein bisschen fehlt bei COD Äh Ist einfach Das ist wirklich Dass man schwer mit anderen Leuten spielen kann Also es ist Man kann schon mit anderen Leuten spielen Aber Minecraft ist mehr so Für zwei Spieler gemacht Habe ich das Gefühl Wenn ihr versteht Deswegen Ähm Müsst ihr mich mal wissen lassen Wollt ihr Minecraft hier sehen Ab und zu mal Das bleibt immerhin Also es bleibt trotzdem natürlich ein COD Channel Aber es gibt auch Wirklich Ich schocke das Spiel schon so lange Ich schocke das Spiel wirklich schon so lange Und Ich finde es nicht schlimm Übrigens kann ich es nicht durch die Wand abschießen Ich glaube nicht Ich finde es nicht schlimm Auch mal was anderes zu machen Ich finde es sogar gut Auch mal was anderes zu machen Und sogar sehr spaßig Doch ich will halt Dass alle Wie alle spaß haben An diesem Ding Also ich will Dass alle spaß haben An meinen Videos Ich will nicht Dass nur ich spaß habe An meinen Videos Oh mein Gott Ich hasse es Bis diese Waffe auflädt Das dauert Jahre manchmal Ähm Deswegen Müsst ihr mich mal wissen lasst Ob ihr mit anderen Leuten Minecraft sehen wollt Weil es gibt so viele Minecraftler Fast jeder macht Minecraft ernsthaft Und auf meinem zweiten Kanal Will ich das nicht bringen Das ist ja Nicht mal mehr Mein zweiter Kanal Das ist ja mein Let's Play Kanal schon Der hat ja auch Eine bestimmte Größe Jetzt erreicht Und wie gesagt Diese Massenproduktion Mach ich nie wieder Auch nicht auf diesem Kanal Nie wieder Nie wieder Mach ich Massenproduktion Hier werdet ihr nicht mehr Als zwei Videos am Tag sehen Und meistens auch nur Ein Video wenigstens am Tag Nie wieder Ich will dass man sich Auf die Videos freut 17 zu 5 Ganz okay Ich gebe mich damit zufrieden Ihr müsst euch mal eure Meinung In den Kommentaren wissen lassen Ich werde mal in Zukunft Eins machen Und da könnt ihr sagen Ob ihr mehr davon sehen wollt Vielleicht so Hunger Games Mäßig oder sowas Ist ganz witzig Vielen Dank fürs Zuschauen Ich wünsche euch frohe Weihnachten Wer feiert eigentlich Weihnachten Wegen der Familie Ich finde das sowas von langweilig Höchstens Ich mag das Essen wenigstens Aber Ich feiere eigentlich nicht mal Wegen den Geschenken Ich feiere das mehr so Wegen dem Feeling So Weihnachten Und sowas Ich finde es ganz cool eigentlich Aber Ich glaube auch nicht Oder ich bin nicht gläubig Oder sowas Ich feiere es auch nicht Wegen der Familie Oder so Keine Ahnung Also Das ist mir keine Ahnung Ich bin mir sicher Die meisten feiern auch nur Wegen den Geschenken Und ja Vielen Dank fürs Zuschauen Wenn es dir gefallen hat Zeig wie Beres Du bist dann bewertet Dieses Video mit dem Daumen nach oben Abonniert jetzt meinen Kanal Um unserer Nation beizutreten Und ich werde dich Im nächsten Video wiedersehen Und dann sage ich wie immer Nur noch 3 2 2 1 SHOT